Einen nerdingen Dienstag wünsche ich euch und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Nerddings. Heute machen wir was ganz Persönliches. Meine Top 10 Spiele meiner Jugend und Kindheit und allem was davor war. Los geht's. Auf Platz 10 haben wir Team Fortress 2. Das ist ein comicartiger Shooter, den ich mit Freunden in der 7. Klasse oder so angefangen habe zu spielen, weil er free to play auf Steam war. Und mit Team Fortress ist mal ein Gamer-Name entstanden. Der Stratigator. Auf Platz 9 ist Need for Speed. Das habe ich damals noch auf meinem alten Rechner gespielt, den ich damals zur Kommunion bekommen habe. Und der immer für diese Zeit war. Toll. Need for Speed ist auch so ziemlich die Spielerei, von der ich glaube ich am meisten Spiele habe. Aber ich finde die letzten Spiele waren nicht so hammer, bis auf Rivals. Und das funktioniert leider nicht wirklich im Online-Modus. Aber sonst tolle Reihe. Auf Platz 8 ist SimCity. Das kleine Sorgenkind von EA. Und ich finde es heute noch genial. SimCity überhaupt selber städtebraunen Bürgermeister sein. Ist das nicht geil? Nein. Es macht mir immer mal wieder Spaß, eine Stadt dann aufzubauen und sie tatsächlich dann auch hoch zu züchten, bis sie dann die Weltmetropole überhaupt ist in unserer Region. Aber dann ist auch Schluss. Dann habe ich keinen Ehrgeiz mehr, da noch irgendwas zu machen und beende das Spiel dann einfach. Auf Platz 7 ist Age of Empires. Und da ganz besonders Age of Empires 3, weil das das Spiel ist, was ich am meisten gespielt habe. Dann haben wir da teilweise zu 6, 7 gezockt. Sehr cool. Ich mag auch diese Echtzeit-Strategie-Spiele sehr, was ihr später auch nochmal mitbekommen werdet. Ja, ja, Musketiere und so. Auf Platz 6 ist Die Sims. Es ist einfach geil, so eigene Charaktere zu erschaffen. Vielleicht auch welche, die es wirklich in deinem Leben gibt. Oder halt einfach irgendwelche Zufallscharakter. Und mit denen dann das Leben zu begehen. Man kann natürlich auch einfach im Real Life leben. Aber dann wäre es ja kein Zocken. Wer hätte hoffen. Und Platz 5 belegt da Battlefield. Und zwar nicht Battlefield 4 oder Battlefield 3, sondern Battlefield. Die Serie. Es macht mir extrem viel Spaß, mit 64 Mann auf so einer Karte riesig rumzulaufen und Punkte einzunehmen. Oder was auch immer. Team Deathmatch fand ich nicht so cool. Der Sound ist atemberaubend. Die Grafik ist total geil und setzt heute noch Maßstäbe immer wieder. Wie es auch bei Battlefront jetzt gewesen ist. Das ja auch von DICE, also dem Entwickler von Battlefield, gemacht wurde. Wobei mich Battlefront einfach nicht spielerisch überzeugen konnte. Ich habe die Beta gespielt und war danach nicht der Auffassung, Ich muss dieses Spiel haben. Ich muss es mir kaufen. Sondern so, ja, ganz cool für zwischendurch. Und deshalb habe ich es mir dann im Endeffekt auch nicht gekauft. Kommen wir zum zweiten Vertreter des Real Time Strategy Genres. Boah, was für ein Wort, ey. Die Siedler. Und zwar da besonders Siedler 6 und Siedler 7. Siedler Aufstieg eines Königreichs. Das habe ich bei einem Freund gesehen in der fünften, sechsten Klasse. Ich war total geflasht, habe es mir damals dann ausgeliehen. Habe es dann selber gespielt. Habe es mir dann tatsächlich auch noch selber gekauft. Und die Erweiterung habe ich dann irgendwann geschenkt bekommen. Und ich habe so viele Stunden in diesem Spiel verbracht. Und ich habe die Kampagne mehrmals durchgespielt. Wir haben es dann auch auf den LAN-Partys mit dem Age of Empires gezockt. Dann habe ich auch Siedler 7 bekommen. Fand es dann, ja, ganz okay. Und habe es dann aber auch die Kampagne durchgespielt. Und dann aber in die Ecke gepfeffert und wieder gespielt. Bis ich dann mit einem Freund wieder angefangen habe zu spielen. Und dann hat es mir richtig Spaß gemacht. Also ich... Oh. Ich könnte heute noch Siedler 7 spielen. Habe ich immer noch extrem viel Spaß dran. Und ich war so begeistert, als es hieß. Ja, neues Siedler 8. Warum machen die das mit dem fucking MMORPG? Mir geht es darum, meine Siedlung aufzubauen. Dann Militär aufzubauen. Dann den Gegner zu vernichten. Aber hauptsächlich einfach darum, eine gute Wirtschaft aufzubauen. Und das Wirtschaftssystem war richtig gut. So von wegen, du lieferst dahin, aber du lieferst nicht dahin, sondern dahin. Und da, 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 da. Das wäre ein wunderbares Gewusel geworden, wie man es eben von Siedler gewohnt ist. Aber wurde ja jetzt eher abgesetzt wegen dem ganz negativen Feedback zu diesem Roleplay. Und finde ich sehr schade. Der Dauerbrenner unter allen Spielen, die ich jemals gespielt habe, ist Minecraft. Es ist einfach so. Ich habe das, au, das dürfte für mich ganz eindeutig das meistgespielte Spiel überhaupt sein. Zum Glück hat es keinen Zeitzähler, sonst würde ich wieder rechnen, wie viele Tage, Wochen, Monate eventuell ich verloren habe. Aber das habe ich ganz intensiv gespielt, fast jeden Nachmittag für ein, zwei Jahre oder so. Es begeistert mich immer wieder, dann will ich wieder spielen, dann spielen wir auch erstmal wieder für ein paar Wochen nur Minecraft. Und dann lassen wir es erstmal wieder in die Ecke fallen, weil irgendwann ist es ausgeschöpft. Und zu Minecraft wird dann in den nächsten Wochen auch nochmal ein extra Meinungsvideo kommen. Ich bin ein riesen Fan von dem Spiel und will da einfach mal meine Meinung zu sagen, was sich seit der Alpha verändert hat, bis zur Vollversion und bis jetzt. Und was ich davon halte. Das ist nicht viel Gutes, aber egal. Auf Platz 2 haben wir ein Spiel, was ich nie so wirklich im Fokus gesehen habe. Also es gibt ja immer Spiele, wo man so relativ gehypt von ist und wo man dann denkt, oh ja, das will ich unbedingt irgendwann spielen. Aber das hat sich der kleine Janis nie gedacht. Es ist Counter-Strike. Es macht extrem viel Spaß. Also es geht dabei nicht um das Schießen, sondern es geht darum, dieses Kompetitive zu haben. So dieses Teamwork im Fünferteam. Du kannst fünf deiner Freunde einladen und kannst mit denen spielen und musst dich mit denen total absprechen, sonst verliert ihr die Runde sowieso. Gut, wir verlieren die Runden auch so, aber es macht einfach Spaß, so diese Hoffnung zu haben, wisst ihr. So, dass man irgendwas können könnte. Und rund 350 Stunden Ingame-Zeit, was dann ja doch einigen Tagen entspricht. Ein tolles Spiel. Es macht Spaß immer, wenn wir das im Team spielen und einfach nur nice. Ja, kommen wir zur Top 1 und das ist Rainbow Six Siege. Das ist auch wieder sehr taktisch, auch ein Shooter und einfach die Überraschung überhaupt. Also ich fand es schon cool, seit ich es das erste Mal gesehen habe. und wollte das auch unbedingt spielen. Und jetzt habe ich es, spielt es seit anderthalb Wochen und es ist einfach nur genial. Es macht mir so viel Spaß, weil es einfach so vielfältig auch wieder ist. Man hat so viele Möglichkeiten. Man nimmt dann entweder den großen Wegsprenger und macht da alle Wände weg oder also den Thermite. Oder man nimmt Fuse, was mein Lieblingscharakter ist und pappt einfach so ein Ding an die Wand und das schießt Granaten in den Raum da drin. Und es ist so gut. Man muss nur aufpassen, dass man die Geise nicht wegspringt. Das ist immer ein bisschen kritisch. Tolles Spiel Ubisoft. Super gemacht. Wunderschön. Super Grafik. Sieht sehr gut aus. Spielt sich toll. Macht einfach nur Spaß. Und ja, schön. Einfach nur schön. Danke. Das war meine Top Ten Spiele. Habt ihr auch Top Ten Spiele? Dann schreibt sie ruhig unten in die Kommentare oder zumindest euer Treppchen, also eure besten drei. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, ob ihr das auch so seht oder nicht. Also auch in den Kommentaren oder auch als Daumen hoch oder Daumen runter. Daumen runter. Aber am liebsten als Daumen hoch. Und dann sehen wir uns spätestens nächste Woche Dienstag um 15.30 Uhr wieder. Denn dann ist Neudienstag. Tschüss.